Musik 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 Dies ist kein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge der Säuberung, die offiziell von der US-Regierung zugelassen wurde. Waffen der Klasse 4 und Niedriger sind für den Einsatz während der Säuberung erlaubt. Alle anderen Waffen sind nur begrenzt genehmigt. Regierungsbeamten vom Rang 10 wurde für die Säuberung Immunität gewährt und sie dürfen nicht verletzt werden. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord. Für zwölf Stunden erlaubt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020